hey leute ich bin's hier der marv und herzlich willkommen zu diesem neuen video heute habt ihr gleich zweimal glück weil als erstes werde ich euch einen zaubertrick zeigen und danach gibt es auch noch eine auflösung und ich würde sagen wir reden gar nicht lange drumrum sondern beginnen gleich mal mit dem video als erstes zeige ich euch den trick danach die auflösung und ja dann sehen uns gleich nach dem intro wieder viel spaß so 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 leute das war der kleine trick hier aber gleich kommt noch die auflösung davor eine kleine frage und euch und zwar wie hat euch der trick gefallen ihr könnt hier oben kurz abstimmen und mir sagen wir euch gefallen hat ganz kurz hier oben abstimmen und dann noch ganz kurz für diejenigen unter euch die es noch nicht mitbekommen haben im dezember gibt es immer noch bei zauberbox.at den rabatt gutschein ja den gutschein code namens marxmas ihr könnt unten vorbeischauen 15 prozent auf alles außer tiernahrung und jetzt kommt die auflösung ich hoffe ihr habt viel spaß damit los geht's wir ver 2 Bis zum nächsten Mal.